Disney Plus – The Acolyte definiert den Star Wars Mythos neu – Golem.de Die Star Wars Serie bringt frischen Wind. Die neue Disney Plus Serie The Acolyte hat das Potenzial, den lang etablierten Star Wars Mythos in neue und aufregende Richtungen zu lenken. Diese Serie spielt etwa 100 Jahre vor Episode of Arms – Die dunkle Bedrohung und taucht tief in die letzten Tage der Hohen Republik ein. Dies ist eine faszinierende Ära, die bislang wenig beleuchtet wurde und viele offene Fragen und Möglichkeiten mit sich bringt. Basierend auf verschiedenen Quellen, darunter der renommierte Technikblock Golem.de, konzentriert sich die Serie auf die dunklen Machenschaften der Sith, die sich im Schatten auf ihre Rückkehr vorbereiten. Mit dem Titel The Acolyte, der ein Begriff aus der religiösen Terminologie ist und oft einen Lehrling oder Anhänger bezeichnet, bringt die Serie eine neue Perspektive in das komplexe Universum von Star Wars. Eine Quelle beschreibt die Hauptfigur als eine junge Frau, die von Geheimnissen und der Macht der dunklen Seite angezogen wird. Diese Protagonistin, gespielt von Amandla Stenberg, soll eine drohende Gefahr für die Jedi und die gesamte Galaxis darstellen, da sie tief in die korruptesten Aspekte der Macht eintaucht. Leslie Headland, bekannt durch ihre Arbeit an der gefeierten Serie Russian Doll, wird als Showrunner fungieren und bringt einen neuen, frischen Ansatz mit, der von ihrer eigenwilligen und kreativen Vision geprägt ist. Die Worte der Showrunnerin Leslie Headland selbst hat in mehreren Interviews betont, dass The Acolyte ein komplexes Narrativ bieten wird, das sich von den typischen Jedi vs. Sith-Geschichten unterscheidet. Stattdessen wird die Serie politische Intrigen, gefährliche Allianzen und moralische Graubereiche erkunden. Die Showrunnerin erklärte in einem Interview mit Golem.de, ich wollte das Star Wars-Universum respektieren und gleichzeitig etwas völlig Neues erschaffen. The Acolyte wird die Macht in einer Weise untersuchen, die wir bisher in Film oder Fernsehen noch nicht gesehen haben. Das vielversprechende Ensemble der Serie ist beeindruckend und besteht aus talentierten Schauspielern. Neben Amandla Stenberg gehören Lee Jong-jae von Squid Game, Jodie Turner-Smith und Manny Jacinto zum Cast. Es wird auch gemunkelt, dass die Serie möglicherweise einige Gastauftritte bekannter Charaktere aus der Star Wars-Saga enthalten könnte, was für eingefleischte Fans sicherlich ein Highlight wäre. Mit einer vielfältigen Besetzung und der Einbeziehung von Charakteren und Themen, die in der Vergangenheit oft marginalisiert wurden, zeigt The Acolyte einen progressiven Schritt hin zu einem inklusiveren Star Wars-Universum. Headland hat in Interviews erklärt, dass es ihr ein Anliegen ist, Geschichten zu erzählen, die für vielfältige Zuschauer relevant und bedeutungsvoll sind. Potenzial und Erwartungen. Es bleibt abzuwarten, wie The Acolyte bei den Fans ankommen wird. Die ersten Reaktionen auf die Ankündigung und die bislang veröffentlichten Details sind größtenteils positiv. Viele Fans sind gespannt darauf, eine neue Seite der Star Wars-Geschichte zu entdecken und hoffen, dass die Serie den hohen Erwartungen gerecht wird. Die Erkundung der dunklen Seite der Macht und die tiefere Untersuchung der Jedi-Ordnung und der Sith bieten reichlich Stoff für fesselnde Geschichten und komplexe Charakterentwicklungen. Autor Anita Farke, Mittwoch, 5. Juni 2024 2, 3, 4, 5. Juni 2024